so und damit dann hallo und herzlich willkommen zum neuen video heute schauen wir uns die neue kawasaki z900 baujahr 2020 etwas genauer an wir gucken was hat sich verändert zur alten maschine was ist vielleicht besser geworden vielleicht ist ja auch was schlechter geworden wir durchleuchten sie einmal komplett ich würde sagen nicht lange schnacken los geht's wir schauen mal bis zum nächsten mal So, Kavasaki Z900 für 2020. Schauen wir uns das Schmuckstück doch mal an. Ich würde sagen, wir fangen wie immer an mit dem Motor, gehen uns kurz die Komponenten durch. Wir haben hier 948 Kubik Reihenvierzylinder, 125 PS und 98 Newtonmeter. Das Ganze trifft auf fahrfertig vollgetankte 210 Kilo, eine Sitzhöhe von 820 Millimeter. Wir haben vorne eine 41 Millimeter Upside-Down-Gabel in der Zugstufe und der Vorspannung einstellbar, das gleiche am Federbein. Wir haben vorne eine 300 Millimeter Doppelkolbenbremsanlage, zweifache Ausführung, hinten eine 250 Millimeter Einkolbenbremsanlage. Ja, also so von den Komponenten her hat sich nicht viel geändert, was natürlich gut ist, weil die funktionieren einwandfrei. Was sich aber verändert hat, ist natürlich die Optik. Wir haben hier vorne erstmal diesen absolut geilen LED-Scheinwerfer verbaut. Ich muss ja sagen, als ich die ersten Bilder der Z900 gesehen habe, war ich erstmal so ein bisschen, also ich war erstmal ein bisschen erschrocken und auf den Bildern hat das alles sehr klobig gewirkt und irgendwie nicht formlich passend. Aber seit ich sie das erste Mal dann in echt gesehen habe, muss ich echt sagen, eine geile Optik, richtig schöne, aggressive Optik von vorne, schön breit. Das LED-Licht ist sowieso geil, gerade was Sicherheit natürlich angeht, ist einfach nochmal heller als so ein Halogenlicht. Und gerade ist halt beide Leuchten dann, Leuchten auf rechten und linken Seite, ist natürlich für die Symmetrie geil, finde ich sowieso gut. Tagfahrlicht hier außen, macht sowieso nochmal eine aggressive Form, wobei das leider so ein bisschen milchig ist, dieses Glas. Wenn das klarer wäre, würde es mir noch ein bisschen besser gefallen. Egal, ganze Lichtmaske gefällt mir wirklich sehr, sehr, sehr gut. Jetzt gerade auch, wie es in der Farbe hier steht, gefällt mir das Bike an sich unfassbar gut. Dieses Grau, das macht richtig was her. Ich hatte es ja eigentlich in weiß, die neue Version, das hat mir nicht so gut gefallen. Schade ist auch, dass die schwarz-rote Version nur sehr wenig Rotanteil hat. Schade, dass es keine richtig rote Version gibt, aber vier Farben gibt es insgesamt und das ist ja immerhin schon mal was. 9.845 Euro kostet dieses Motorrad mit Überführungskosten in Deutschland. Finde ich einen guten Preis, also passt für das Motorrad auf jeden Fall. Man kriegt nämlich einiges. Was man auch kriegt, ist dieses wunderschöne Display. Das ja in den allen aktuellen geupdateten Kawasaki soweit verbaut wurde. Da haben wir verschiedene Fahrmodi, die dann eben mit der Traktionskontrolle zusammenhängen. Sport, Street und Rain. Wir können uns außerdem natürlich einige Sachen anzeigen lassen. Klar, Reichweite, Durchschnittsgeschwindigkeit, gefahrene Zeit, Batteriespannung, aktuellen Verbrauch, Durchschnittsverbrauch und so weiter. 6,3 Liter haben wir jetzt gerade im Verbrauch. Oben haben wir noch drei Trips und einen Gesamtkilometerzähler, dann natürlich Temperaturanzeige, Uhrzeit und so Späßchen. Also alle Infos, die wir brauchen, natürlich da. Eine Ganganzeige haben wir auch und einen großen Drehzahlmesser, große Geschwindigkeitsanzeige. Alles, was wir brauchen, ist vor Ort. Jetzt gibt es natürlich noch die Möglichkeit, sein Handy zu verbinden mit der Ritology App von Kawasaki per Bluetooth. Dann kriegt man noch so ein paar Infos angezeigt, beziehungsweise das Handy, das kann dann ein paar Sachen aufzeichnen. Dann eine Sache, die wir noch haben, ist ein Rider-Modus. Das ist der Modus, in dem ich mir selbstständig meinen Modus einstellen kann. Das heißt, ich kann selber sagen, okay, was für eine Leistungsstufe möchte ich haben. Also da haben wir eben Vollpower oder Lowpower und eben, was für eine Traktionskontrolleneinstellung ich haben möchte. Traktionskontrolle ist dreistufig einstellbar oder eben ausgeschalten. Ich habe es in mir im Rider-Modus ausgeschalten. Da komme ich später nochmal drauf. Warum? Ja, sonst hat sich hier und da so Kleinigkeiten getan, aber im Gesamten doch ähnlich geblieben. Eine Info für alle, die die Z970 kW haben wollen, die hat sich jetzt optisch an die offene Version, an die 125 PS Version angepasst. Bei der alten Z970 kW hat man noch am Ventildeckel gesehen, dass das die 70 kW Version ist. Das ist jetzt hier nicht so. Hier ist es absolut identisch. Sind genau die gleichen Farben, optisch genau gleich. Ja, eine Sache, die ich jetzt noch hinzufügen möchte, ist, das Motorrad ist lauter geworden. Man glaubt es kaum. Also wir haben hier 97 Dezibel eingetragen. Die alte Z900 hatte ich glaube 92 oder sowas. Und das hört man. Also nicht nur, dass das Motorrad in den niedrigen Drehzahlen ein bisschen proppelt und knallt und macht und tut. Also es macht richtig schön Fehlzündungen. Es ist auch insgesamt lauter geworden. Der Ansauggeräusch wird lauter, der Auspuffgeräusch wird lauter. Alles ein bisschen aggressiver. Finde ich geil. Finde ich richtig gut. Hätte ich niemals gedacht. So, jetzt haben wir genug geschnackt. Jetzt würde ich sagen, wir schwingen uns wieder drauf und fahren eine Runde. Los geht's. So, wir sitzen auf der Kawasaki Z900. Meiner Liebe. Viele wissen ja, dieses Motorrad, ach, ich habe so viel Zeit hiermit schon verbracht. Und jetzt gibt es endlich eine neue Version. Ich hatte ja auch eine Zeit lang jetzt die neue Version schon daheim. Davon gibt es leider nur ein Video und die Maschine habe ich auch nicht mehr. Das heißt, an alle, die sich fragen, wo die Videos zu der Maschine bleiben, die musste ich leider schon abgeben, hat sich jetzt dadurch, dass ich die Ninja H2, ja, hatte alles ein bisschen verschoben. Nichtsdestotrotz, jetzt sitze ich drauf auf der Z900 und, ja, ich würde sagen, wir machen trotzdem das ganze Portfolio einmal durch. Das heißt, wir gehen von vorn nach hinten durch. Wie fühle ich mich drauf? Gehen die einzelnen Komponenten durch? Und besonders am Ende sage ich dann nochmal, was sich jetzt wirklich verändert hat und was vielleicht eben besser oder auch schlechter geworden ist. Ja, fangen wir an auf jeden Fall mit der Sitzposition. Ach, ich fühle mich auf der Z900 einfach perfekt, ja. Die neue Z900, die wird jetzt immer standardmäßig mit der hohen Sitzbank ausgeliefert. Es gäbe ja auch noch eine niedrigere Sitzbank. So hat die Sitzhöhe vom Werk aus 820 Millimeter. Vom Gewicht spreche ich mir hier von 210 Kilogramm. Unverändert. Und, ähm, also ich muss echt sagen, wie gesagt, ich fühle mich hier wirklich sehr, sehr wohl drauf. Mein Kniewinkel ist schon ein bisschen sportlich, aber wirklich angenehm. Also auch für längere Touren überhaupt kein Problem. Ich sitze schon nach vorne gelehnt, aber doch angenehm aufrecht noch. Also auch da wirklich, äh, für mich wirklich angenehm. Also ich bin 1,76 groß. Ich habe kein Problem mit dem Motorrad, äh, so mit den Füßen auf den Boden zu kommen bei dem Motorrad. Und genauso hat das Motorrad das wie für mich gemacht. Von allen Winkeln her, vom, der Knieschluss am Tank ist perfekt. Äh, ich fühle mich hier einfach, einfach wunderbar drauf. Der Lenker, der ist natürlich angenehm breit hier auf der Z900. Das heißt, wir haben das ganze Fahrzeug wirklich gut, äh, unter Kontrolle. Ähm, ja, macht einfach schön was her. Was hier natürlich auch richtig schön ist, ist, ich kann mir meine Hebel voll einstellen, schon ab Werk. Das heißt, dass ich kann mir hier die Weite von den Hebel einstellen, was halt wirklich auch eine schöne Sache ist. Weil natürlich solche Einstellungsmöglichkeiten noch mehr zum Komfort beitragen. Ja, die Sitzbank hier auf der Z900 ist gar nicht mal so die weichste, sag ich mal. Also die ist schon gut hart. Aber für mich ganz angenehm. Die hat auch so eine Kuhle drin, in die man immer wieder reinrutscht. Selbst wenn man sich ein bisschen nach hinten setzt auf dem Sitz, wird man immer wieder nach kurzer Zeit in diese Kuhle zurückrutschen. Ähm, und diese Sitzposition unterstützt so ein bisschen dieses vorderradorientierte Fahren hier auf dem Naked Bike, ne? Normalerweise ist diese Naked Bikes jetzt nicht so wirklich vorderradorientiert von der Sitzposition hier auf der Z900. Muss man aber wirklich sagen, dass das schon sehr, sehr vorderradorientiert ist. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich sitze wirklich auf dem Vorderrad, was mir halt in den Kurven dann, gerade bei so Umlegegeschichten, wirklich ein gutes Gefühl übers Vorderrad auch gibt. Ja, dann kommen wir gleich mal zum Herzstück, natürlich zum Motor, der Z900. Wir sprechen hier von 948 Kubik, rein Vierzylinder mit 125 PS bei 9500 Umdrehungen und 98 Newtonmetern bei 7600 Umdrehungen. Auf jeden Fall muss man sagen, das Motorrad hat wirklich einen Prachtmotor. Dieser Motor ist, was Drehfreudigkeit und Lust angeht, einfach unübertroffen. Es ist so ein geiler Vierzylinder, weil du hast halt durch diese knapp 1000 Kubik wirklich Punch immer. Also du hast untenrum Punch, obenrum Punch und dazu ist der halt so drehfreudig, dass du den halt wirklich in jedem Gang liebend gern bis in den Begrenzer radern lässt, weil er einfach da Bock drauf hat. So, das Motorrad und der Motor, der sagt ja, gib, 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 gib. So, und das macht es so spaßig, hier mit der Z900 zu fahren, weil ja der Motor dich wirklich animiert, einfach Gas zu geben. Und halt auch, wenn wir jetzt mal irgendwie Passstraßen fahren oder engere Kurven fahren oder sowas, also der Motor hat auch aus den Ecken raus mehr als genug Dampf, um da richtig Attacke zu gehen. Also ich war schon verwundert, wie gesagt, ich bin jetzt schon viel Z900 gefahren, viele, 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 viele tausend Kilometer und ich bin echt verwundert, was für Motorräder man aus den Ecken raus mit so einer Z900 alles herbrennt. Also das ist schon wirklich einfach ein geiler Motor. Perfekt auch für dieses Segment, dieser Mittelklasse Naked Bikes, für die Landstraße, perfekte Größe. Genug Bums, immer, aber halt auch nicht so übermächtig viel, dass es einen jetzt überwältigen würde. Eine Sache muss man da aber sagen beim Motor, von meinem Gefühl her, und ich bin ja wirklich die alte Z900 gefahren, habe die abgestellt und bin direkt auf die neue Z900 gestiegen. Und ich habe das Gefühl, die Gasannahme und der gesamte Leistungsverlauf, der Drehmomentverlauf, wurde irgendwie angeglättet, fahrbarer gemacht, smoother gemacht. Und da denkt man jetzt natürlich erstmal, im ersten Moment hat es doch geil, wenn es fahrbarer gemacht wurde. Ich muss aber echt sagen, für mich war die Z900 oder ist die Z900 auch immer noch so ein bisschen so ein kleines Hooligan-Bike. Und gerade diese Aggressivität im Gas und dieses doch ein bisschen fordernde Gaserlebnis, sage ich mal, das hat sie schon immer so ein bisschen besonders gemacht. Und es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt nicht mehr besonders ist, aber auch nicht mehr von Motorcharakteristik nicht mehr Hooligan-like ist, aber sie hat schon ein bisschen von ihrer Aggressivität verloren jetzt mit dem neuen Modell. Also von meinem Gefühl her ist die Gasannahme deutlich smoother, was der halt fahrbarer macht, aber halt dem Spaß ein bisschen, am Spaß ein bisschen, ja, Abstriche machen lässt. Ja, was auf jeden Fall zur alten Z900 nicht verändert wurde, das ist das Getriebe. Wir haben hier keinen Quickshifter und keinen Blibber verbaut, ein ganz normales Standardgetriebe. Da muss man leider sagen, also das Getriebe der alten Z900 war nicht der Oberhammer und auch hier muss man echt sagen, also es ist schon, also es ist schon natürlich, funktioniert wunderbar, aber rein das Gefühl im Schalthebel, da würde ich mir so gerne wünschen. Ich bin heute gefahren Z650, Ninja 650 bin ich gefahren, Ninja 1000 SX, die haben so geile Getriebe. Da rastet der Gang super ein, du spürst sofort, wenn du es gewechselt hast, du hast keine Zwischengänge und nichts. Und dann setze ich mich danach hier auf die Z900 und bin so ein bisschen enttäuscht. Ich denke so ein bisschen, ja, da geht noch mehr. Also ich muss echt sagen, das Getriebe, das ist so ein bisschen mein Sorgenkind. Das ist auch ein Grund, warum wahrscheinlich immer noch kein Quickshifter hier verbaut ist, weil das Getriebe einfach nicht perfekt genug schaltet, wäre jetzt mal eine Vermutung, um das auch auf viele tausend Kilometer vertretbar dann dem Getriebe anzutun. Sehr schade, hätte mich echt gefreut, wenn sie beim neuen Update der Maschine da einfach nochmal ein bisschen fein justiert hätten. Funktioniert natürlich trotzdem alles gut, aber ja, es geht immer mehr. Ja, was dafür aber nach wie vor richtig gut funktioniert, ist das Fahrwerk. Wir sprechen hier vorne von einer 41 mm Upside-Down-Gabel, die in der Zugstufe und der Vorspannung einstellbar ist und hinten das Federbein ist auch in der Zugstufe und der Vorspannung einstellbar. Also cool, dass hier ein paar Einstellungsmöglichkeiten sind, sind wie bei der alten Maschine, da hat sich nicht viel verändert. Was sich aber verändert hat, ist, dass die Höhe des Fahrwerks angepasst wurde. Also wir sprechen hier von leichten Veränderungen vorne und hinten am Fahrwerk, was die Höhe angeht. Und das hat zur Folge, dass das Motorrad einmal mehr Schräglagenfreiheit hat, was natürlich cool ist, weil die alte Z900 hat schon recht oft mit den Rasten geschliffen. Andererseits muss man aber sagen, dadurch ist das Motorrad weniger vorderradentlastend geworden. So, was meine ich jetzt mit weniger vorderradentlastend? Also, ich habe das Gefühl, dass die Z900, wenn auch nur minimal, einfach mehr vorderradorientiert ist, dass das Gewicht mehr nach vorne drückt, sage ich mal, rein von der Geometrie her. Und das hat halt zur Folge, dass das Vorderrad weniger leicht nach oben geht. Das ist jetzt ja an sich für die Fahrbarkeit wieder cool, aber ich muss sagen, man hat schon ein bisschen das Gefühl, das ganze Motorrad ist insgesamt einfach zahmer geworden. Es ist einfach von vorne ein bisschen zahmer geworden, ja. Es will dann in der einen oder anderen Gruppe doch nicht so mit dem Vorderrad hoch oder was man eigentlich natürlich nicht braucht. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, für mich war die Z900 und deshalb habe ich sie auch immer so sehr gelobt. So ein kleines bisschen so ein Hooligan-Bike, was halt einen animiert Spaß zu haben, einen animiert auch mal das Vorderrad hochkommen zu lassen oder so Sachen zu machen. Und mit diesen paar Anpassungen wurde dem entgegengewirkt. Also, es ist natürlich deutlich fahrbarer jetzt, auch deutlich sicherer, muss man natürlich sagen. Was den Spaßfaktor angeht, hat es aber meiner Meinung nach darunter ein kleines bisschen gelitten. Ja, das Fahrwerk ist von der Dämpfung und von der Federung her wirklich schön straff abgestimmt. Also, ich kann hier wirklich sportlich über die Landstraße fahren. Es ist aber nicht so straff, dass ich jetzt sage, irgendwelche Touren fahren oder längere Strecken geht nicht. Also, es ist wirklich der perfekte Alltagsbegleiter, um mal eine Tour zu machen, um sportlich zu fahren, um wirklich den Alltag auf der Landstraße gut zu beschreiten. Also, das Fahrwerk ist für mich, was Preis-Leistung und vor allem Leistung angeht, eines der perfektesten Fahrwerke in diesem Mittelklasse-Segment für die Landstraße. Und da muss ich ganz klar sagen, besonders bei dem Preis des Gesamtfahrzeugs. Klar, würde ich hier, wenn man noch mehr Geld investiert, auch Öllehens und sonstige Komponenten reinfügen. Aber für den Gesamtpreis vom Motorrad funktioniert das schon echt verdammt gut und gibt vor allem ein super Feedback. Gerade durch die doch schon relativ vorderradorientiert positionierte Sitzhaltung habe ich halt ein schönes Gefühl, auch über das Vorderrad, was man auf manchen anderen Naked Bikes wirklich vergeblich sucht. Und das gefällt mir besonders gut, weil ich dadurch natürlich die Grenzbereiche des Motorrads ein bisschen mehr erfüllen kann. Und das Feedback vom Fahrwerk ist wirklich perfekt. Also habe ich nichts auszusetzen. Das funktioniert einfach perfekt. Das funktioniert einfach wunderbar. Das macht einfach Spaß zu fahren. Wenn wir jetzt beim Spaßfaktor sind, dann kommen wir doch gleich zu einer Kleinigkeit, die sich auch getan hat hier bei der 9Z900. Und zwar haben wir jetzt erstmalig ein Elektronikpaket verbaut mit einer Traktionskontrolle. Die ist dreistufig einstellbar oder glücklicherweise auch auszustellen. Das ist natürlich erstmal eine wirklich geile Sache. Aber es gibt heute leider mehr aber, als ich gedacht hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Traktionskontrolle an sich, dass man die hat, finde ich schon ganz geil, weil es natürlich wieder Sicherheit gibt. Aber ein kleines Problem gibt es da auch. Die Traktionskontrolle hat zwar keine echte Wheelie-Kontrolle mit eingebaut, wenn das Vorderrad aber in der Luft ist, erkennt das Motorrad, okay, irgendwas stimmt hier nicht und da wird trotzdem die Traktionskontrolle eingreifen. Das heißt, selbst obwohl hier keine Wheelie-Kontrolle eingebaut ist, wird man, solange die Traktionskontrolle angeschalten ist, hiermit keine Wheelies machen können. Und das hört sich jetzt, es ist ja eigentlich egal, man braucht hier keine Wheelies. Aber ich sage es zum dritten Mal, nachdem für mich das Motorrad immer so ein kleines bisschen so ein Hooligan-Bike war, ist das für mich jetzt schon schmerzhaft, dass ich weiß, okay, ich muss die Traktionskontrolle komplett ausschalten, um ein bisschen Spaß zu haben. Viel, viel geiler wäre es natürlich gewesen, wenn ich hier eine echte Wheelie-Kontrolle hätte, die das auch erkennt, wenn das Vorderrad in der Luft ist. Die könnte ich ausschalten, Traktionskontrolle könnte ich noch anlassen, dann hätte ich meine Sicherheit, dass ich halt in brenzlichen Situationen, dass mir da die Elektronik vielleicht doch mal noch den Arsch rettet. Trotzdem würde das den Spaß nicht so ganz killen. Und man muss an der Stelle auch sagen, die Reifenwahl, die hier drauf ist, hier ist auch ein neuer Reifenabwerk drauf, ist zwar besser als der Vorgänger, der Dunlop D214, der bei der alten Z900abwerk drauf war, der war wirklich kein guter Reifen. Jetzt ist ein Dunlop Road Max Road Sport 2, glaube ich, hier drauf, der leider aber nicht viel besser ist. Also der Reifen ist der gleiche Reifen, der auch auf der Ninja und Z650 drauf ist und der hat leider keine Nässegrip. Und beim Trockengrip sucht man auch so ein bisschen den Grip vergeblich. Das Einzige, was er besser kann, ist, dass er sich früher ankündigt. Also er sagt wenigstens Bescheid, wenn irgendwas nicht stimmt. Das heißt, er sagt Bescheid, wenn es irgendwann mal anfängt zu rutschen. Er sagt der Frühzeit Bescheid, du merkst das, dass du dann vielleicht ein bisschen weniger Schräglage nehmen solltest oder ein bisschen weniger attackieren solltest. Aber schade ist, dass ich weiß, wie verdammt gut eine Z900 mit einem ordentlichen Reifen fährt und dass man mit einem ordentlichen Reifen hier auch einfach keine Traktionskontrolle braucht, weil dieses Motorrad so perfekt kontrollierbar war. Und deshalb würden die, also ich sag's, das ist jetzt wirklich aus ganz meinem Herzen raus, würden die Kawasaki-Ingenieure hier einfach ab Werk einen ordentlichen Reifen drauf machen und das Geld, das in der Traktionskontrolle steckt, in ein überarbeitetes Getriebe und Quickshifter stecken, dann wäre dieses Motorrad tausendmal besser. Dann, das wäre genau, was ich wollen würde. Das wäre nämlich das puristische Fahren und eben dann die Sicherheit, dass ich halt von Anfang an einen guten Reifen habe zum Beispiel. Weil man muss wirklich sagen, die Z900 ist nach wie vor wunderbar zu kontrollieren in jeder Lebenslage. Ich bräuchte hier persönlich keine Traktionskontrolle drauf, einfach weil das Motorrad das meiner Meinung nach nicht braucht. Weil sie so easy zu handeln ist, so einfach zu fahren, so handlich ist, so geil durch die Kurven zu schmeißen ist, dass ich keine Traktionskontrolle hier drauf brauche. So, jetzt habe ich mich in dem Thema ein kleines bisschen verredet, aber ich muss echt sagen, ich bin einfach gespaltener Meinung, was das angeht. Eine Sache hat sich zum Glück nicht verändert, die funktioniert tadellos wie vorher, das ist die Bremsanlage. 300 mm Vorderradbremsscheibe, Doppelkolben, Bremssattel, natürlich zweifache Ausführung und hinten haben wir eine 250er Bremsscheibe mit einem Einkolben-Bremssattel. Ja, die Bremsanlage, die funktioniert soweit echt gut. Das ABS, das verbaut ist, funktioniert auch gut. Das macht schon echt eine gute Form und vor allem fürs Landstraßenfahren halt perfekt dimensioniert, fürs Gewicht gut dimensioniert, einen schönen Druckpunkt habe ich, also ich kann sie auch schön dosieren, habe ein gutes Gefühl in der Hand. Und das Einzige, was auch hier wieder ein bisschen strange ist, ist, das Hinterrad-ABS löst auch hier wirklich sehr, sehr früh aus, was in der einen oder anderen Situation so ein bisschen so einen Schreckmoment oder so ein bisschen so einen Aha-Effekt hat. Weiß nicht ganz, woher das kommt oder warum das jetzt so der Trend ist bei den aktuellen Gamma-Saki-Maschinen, aber okay, ich sage mal, wenn man halt die Hinterradbremse normal, nicht übermäßig benutzt, funktioniert das alles gut und hauptsächlich benutzt man die Hinterradbremse ja in der Stadt um mal eine Ampel ran zu bremsen oder sowas und ja, da funktioniert die auch wunderbar und dann löst natürlich auch kein ABS aus. Ja, jetzt haben wir ganz viel über die Technik und über die einzelnen Sachen gesprochen. Jetzt möchte ich auf jeden Fall nochmal mein Endfazit beziehungsweise meine gesamte Meinung zur Z900 für 2020 abgeben. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe das Ganze halt zweischneidig. Einmal muss man natürlich sagen, es wurden einige sehr, sehr gute Updates gemacht, zum Beispiel, dass die Laude ist, ist ganz nett oder auch die Traktionskontrolle ist per se wirklich gut, weil es hilft ja der Sicherheit. Also es ist ja wirklich eine gute Sache. Dass das ganze Motorrad fahrbarer ist, ist auch gut. Also es ist alles natürlich für den Normaloverbraucher wirklich gut, weil halt die sinnvollen Sachen abgedatet wurden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich persönlich ist die neue Version der Z900, ja einfach durch das, dass sie einfach zahmer geworden ist, weniger attraktiv als die vorgängige Version. Das muss ich so ganz klar sagen. Und ich würde einfach lügen, wenn ich das jetzt gut heißen würde. Das heißt nicht, dass das ein schlechtes Motorrad ist. Ich habe hier drauf so viel Spaß und ich würde sie mir auch sofort kaufen, weil die Z900 insgesamt einfach eines der besten Landstraßenmotorräder ist, was ich je gefahren bin. Es ist für das Mittelklasse-Segment, für das Geld, was man hier kriegt, ein absolutes Top-Power-Naked mit allem, was man braucht. Ich ganz persönlich hätte es mir nur einfach gewünscht, wenn eben in andere Sachen investiert wurden. Halt zum Beispiel in einen Quickshifter und in gute Reifen schon ab Werk und so Sachen. Das hat mich persönlich einfach deutlich mehr gefreut, als den Weg, den Kawasaki jetzt hiermit gegangen ist. Ich verstehe, dass sie es für ihre Kundschaft alles fahrbarer machen wollen, gar keine Frage. Aber wie gesagt, gerade dieses Hooligan-Stylige, das war halt irgendwie immer in meinem Kopf so drin und das hat mir jetzt die neue Z900 ein bisschen genommen. Wie gesagt, ich liebe sie immer noch abgöttisch. Ich finde dieses Motorrad wirklich den absoluten Knaller und ich fahre so, so gerne mit ihr und habe immer noch einen Riesenspaß. Aber dieses bisschen, das fehlt mir. Ja, dieses, ach, in meinem Kopf, das fehlt mir. Eine Sache möchte ich an der Stelle auch nochmal, weil ich sie vorhin vergessen habe, zu erwähnen, sagen. Wenn ich jetzt hier mit nämlich fahre und ich bin in meinem Rider-Modus und ich habe meine Traktionskontrolle aus, was ja leider nur im Rider-Modus geht, dann sehe ich nicht mehr, wie warm mein Motorrad ist. Ich sehe keine Temperaturanzeige mehr und ich sehe auch nicht, wie weit ich gefahren bin. Ich sehe keine Trip-Anzeige mehr. Dafür, um das zu sehen, müsste ich aus dem Rider-Modus rausgehen in den mindestens Rain-Modus und dann sehe ich erst wieder diese Daten. Also das... Das sind so Kleinigkeiten, wo ich echt sage, hätte ich persönlich anders gemacht. Aber als Gesamtfazit muss man hier einfach wirklich sagen, es ist nach wie vor eines der besten Landstraßen-Motorräder, die es gibt. Vor allem für den Preis. Einfach der Oberhammer. Hier ordentlich Reifen draufpacken und ich bin schon viel glücklicher. Ja, ich würde mir, wie gesagt, auf jeden Fall wünschen für das nächste Update ein Quickshifter muss dieses Motorrad bekommen und dann halt vielleicht doch ein bisschen mehr wieder in die Richtung mehr Hooligan-Style, mehr Spaßkanone vor dem Herren und vielleicht weniger in die Fahrbarkeit, weil wer braucht sowas schon. So, ich hoffe, das war jetzt ein ausführlicher Bericht über die neue Z900. Ich hoffe, ihr habt alle eure Fragen beantwortet bekommen. Solltet ihr noch Fragen haben, schreibt die mir gerne in die Kommentare. Werde ich euch natürlich alles ausführlich beantworten. Ich habe jetzt auf jeden Fall nochmal ordentlich Spaß mit diesem Bike und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017